Hallo zusammen, hallo Hubert. Heute kam die Post mit einem Päckchen und jetzt wollen wir mal gucken, was da drin ist. Aufgeschnitten habe ich schon die Klebebänder. Das ist ein Brief. Und hier ist der Zunderbeutel. Nebeli Zunderbeutel. Den nehmen wir nicht als Leckerli Beutel. Der ist cool. Den finde ich echt cool. So was wollte ich schon immer mal haben. M71 Die Rettungsdecke. Auch die wollte ich mir schon lange in den Rucksack packen. Kompass Und Feuerstahl. Den werde ich mir an den Rucksack hängen. Da muss ich nicht dran denken meinen mitzunehmen. Vielen Dank Hubert. Das sind echt tolle, brauchbare Sachen. Und das war eine super Überraschung, dass wir gezogen worden sind bei deiner Abo-Challenge. Echt top. Ne Billi, wir nehmen es nicht als Leckerli Beutel. Das ist ein Zunderbeutel. Und ich versuche jetzt mit dem Billi einig zu werden. Wegen Leckerli oder Zunderbeutel. Und danke dir nochmal vielen Mal Zubat. Und wir sehen uns auf deinem oder auf unserem Kanal. Tschüss, bis bald. Musik in your face. Musik in your face. Untertitelung des ZDF für funk, 2017